Ich fahre gerne mit dem Velo zur Arbeit. Kein Stau, immer einen Sitzplatz und aktiv in den Tag gestartet bin ich auch. Täglich 15 Minuten Steigenlauf oder 15 Minuten auf den Lift warten, Sie entscheiden. Schon 15 Minuten tägliche Aktivität stärkt das Reislaufsystem. Ja, komm, komm, super, ihr macht das prima, weiter, 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 weiter. Die Steigen ist eines der besten Trainingsgeräte, die es überhaupt gibt und steht überall zur Verfügung. Ich benutze sie seit Jahren für Training mit meinen Patienten in jedem Alter. Nach der Arbeit schnell abschalten und wieder Energie tanken, das kann ich am besten durch aktive Entspannung.